Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Hallo Leute, heute machen wir wieder einen Fahrfilm. Und zwar präsentieren wir euch wieder den IC 79. Und zwar kam die Baureihe 111 auch ab und zu zu der Ehre, diesen Zug zu ziehen. Wir bespannen heute den Zug auch mit der 111. Viel Spaß damit. Like und Abo nicht vergessen. Ciao. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.